Hallo und Willkommen zurück bei 7 days to die let's play together mit der tibra wie Dominanduin und der nächsten Horde, wir haben Horde Nacht im Black-Normales. Wir schauen mal, ob das spannend hält, dass wir da gedasselt haben. Sie kommen von Nordosten den Hügel runter, zumindest die Ersten. Okay, na ich geh mal zur Tür schauen. Uh, Football-Spieler. Jetzt haben wir schauen. So, dann gehen wir gleich mal in die Hocke und schauen, wie gut das funktioniert mit dem, was wir sich da gebaut haben. Doch, ist kein Spicker dabei. Hm, das ist das Wunder, das ist da. Ah, da unter mir ist einer, da können wir jetzt gleich ausprobieren, wie es sich mit dem Durchschieß, oder? Ja, gute Idee. Jawohl, Treffer. Auch das funktioniert sehr schön. Gut. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Hm. Ja, der Ostweck ist komplett durchbrochen schon. Ja, teilweise ein bisschen was hält noch. Okay. 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 Ich geh mal jetzt auch mit der Hocke. Jetzt ist der zweite Stacheldrautzaun weg. Okay. Kopfschüsse wirken mir nur am besten. Ja, wenn sie keinen Helm aufhaben, ne? Hm. Der Soldat hält eigentlich aus. So, mit dem Helm. Ah ja. Und ich hab Schaden bekommen. Wahrscheinlich werde ich nicht ziehen, oder? Oder er schießt auch durch. Das kann ich nicht. Ah, wenn er weggeht, dann ist nichts. Ein bisschen Abstand. Interessant wäre aber... So, dann einmal drauf auf den Spicker. Hm. So, dann einmal drauf auf den Spicker. Hm. Potenzial. So, dann einmal drauf auf den Spicker. Doch, dann erst mal drauf. Wie hat denn die... Ist das where I stand? ...zach haus aus? ...zach haus aus. Ach ich hab dich nicht. Nee, du hast ja gesehen wie das hier drach drin ist? Hm. Du bist da unten mit Sobruch. Zach haus aus. Ach, das habe ich nicht. Ich bin ganz überblüch. Ich bin ganz überblüch. Das ist nicht aufsache. Es wird weg. sondern was ich. Okay. Also, diese Eiseldinger sind die Begegnung. Ich kann grad mal schauen, was ich mach, was tut, weil da momentan nix nachkommt, bis ich an der anderen Seite da mal sind, na, sonst ist das zurück, aha, da haben wir zweimal schon wieder stehen, ja, das passiert, oh, wirft auch, jetzt der Spucker direkt noch eine Seite, Mitte, der ist weg, der ist weg, naja, wir haben nicht mehr den Schwierigplatz gebraucht, das hat nicht die Lieder auswichtig, da vorne, Quartierstäbe, ich habe den Kopf, ganz gut, hier, 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 Ja, und jetzt kriegen wir natürlich auch dementsprechend Fertigkeiten, weil wir so ein Munches laufen. Der Weg zum Sprechze klopfen da schon im Boden durch. Dann werden wir ausdeckte durch das Gitter runter. Da liegt schon ganzer Hausmunter. Oh, was ich wissen? mit den mit den mit den und es geht es geht ich will ich will es geht Okay, der hat uns Da ist der nächste Oh Und so geht's durch Und jetzt hinwechsel Das war's Das war's Das war's Das war's Ja, ich glaube, das wird so brav heißes Sammeln, dass wir das Gräß Da kann man wieder aufhören Ich muss da prüfen, da Da tritt's ja immer im Gräß Der hat auch nicht gut geflüchtet Wir haben aber auch schon jede Menge zurück Ganz wichtig finde ich noch Bereits am besten Das ist immer das normales Finale Also ja, in der Regel kann sich das genau Da wurde es Jetzt da hätten wir an dem Rücken Anstatt der Hitzblöcke Falltüren Und da schmeißt man dann die Stangen runter Ja, gerne Ja, gerne Keine Blöcke Ja, das ist ja schon eine Überlegung für die nächste Buse Wunderblöcke Ich weiß nicht ganz Unsere Erfindung, das werden wir selbst dann jetzt wieder gesehen Kann ich mal ganz ehrlich sagen Ja Dann wird der Koppelkopf Der Koppelkopf hat sich selbst Daher auch eine neue Farnation Und Explorers Ja Ich werde versuchen es natürlich wieder Wir werden versuchen es natürlich wieder Bisschen zu überstehen Und noch zu vertreten Und noch zu vertreten Ja 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 Ich bin mir nicht so sicher Wenn ich aufstehe Und ich bin Ja onia Mit dem So ich stelle mir da zur Nordwestdecke Du könntest dann was mit Westen gehen vielleicht ziehen, was ein bisschen entlang ist. Das Schlimmste war der eine Spucker, der da ein Loch macht. Das ist die höhere Strasse wirklich. Ich glaub sie sind hiern auch. Ja, dreht sich einer und irgendwie... ... ein Schimpanz schießt natürlich auch die Spitzen an, die es hier steht. Auch das kann sein, dass er da kommt sogar Schadellen raus, wie wenn Holz wegfühlen wird. Schön mitkommen, Kinder. Ganz toll, dass ich gejagt bin, sehe ich aber dann hier unten. Ah, der läuft wieder mal. Momentan sehr ruhig, wenn wir die Zeit nutzen, um sich wieder nach oben zu halten. Im will nicht. Schul, ich hab innen los. Das ist gut Passt, du kannst doch mal die Brakes hier schießen Du hast über 250 Brakes Bei mir ist das nicht einfach Da kommt wieder jemand Hast du was gegen Badergeste? Du musst das nicht einmal herein lassen Ja Bergerbeiter ist auch schon Der hat es auch länger gehabt Bis er aus der Mine raus ist Runter vom Berg Spidey Ja 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 Dann werden sie jetzt der Berg Ja 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 Ja, das ist schon mal. Aber das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich habe mehr Zeit, dass ich mich nicht mehr so bin. Ich habe das ja nicht mehr Zeit. Ich habe das ja nicht mehr Zeit. So, ich hab jetzt nur noch einen geschaut Terral, Nordwestecke und da ist schon hier also nicht im Gebäude, aber überhaupt da liegt sich da durch die Woods-Bikes jetzt liegt er wie ein großer Hund, ja Terral ist jetzt und dann 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 Ja, jetzt hat es wieder langsam. Das heißt, runter geht's. Ich räume noch hier und raus. Ist ok. Mal schauen, was hab ich ausgehen. Das war so was. Nur Reparatur-Material mitnehmen, ne? Hm. Das quatscht. Ja, ich wollt grad sagen, es geht. Ich baue mich da mal ganz raus. Mach das, mach das. Die, die jetzt noch leben, vielleicht können sie ein bissel wegziehen. Ja, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir. Ja, ich kann es euch da rein. So, ich bin draussen. Schauen wir mal. Können wir da was kommen? Da kommt es zu mir. Ja, natürlich, wenn jetzt keine Hände kommen. So ist es. So ist es. Ich will von den ganzen Zeug nicht sein. Ich bin da schon weiter. Gut. Oh, ist ja schön. Gehen wir es an? Na? Schon dabei. Bist du von außen? Ja, ich bin von außen. Gut. Dann mach ich das von innen. So. So, dann bauen wir sich da gleich mal rein. Ja, wenn es euch gefallen hat. War das deine oder meine? Ist egal. Egal. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann dauernd hoch. Schaut's wieder rein. Wenn wir die Station reparieren. Und wenn wir uns bereit machen für die nächsten Nächte. Ciao. Tschüss.